Oh. Willkommen zurück. Oh, sag, war mich doch mal vor, Mann. Ja, Leute. Ach ja, das Schuss, wollte ich es lieber machen. Das ist... Was? Nein. Ach. Ja. Wir sind immer noch bei Welt... 1? 2? Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind immer noch in den Doma-Blendern. Das ist Welt 2, oder? Ja. Okay, also wir sind immer noch in Welt 2. Gut. Was heißt immer noch? Wir kommen noch gut voran. Ja. 3 Level pro Folge, oder so? Ich muss mal wieder auf die Uhr gucken. 19.02. Wie spät? 19.02. Also bis viertel nach, 17.00 Uhr nach, so. Okay. Ach, ist das gut, wenn ich nicht auf die Uhr gucken muss. Jupp. Ach, da war noch ein Joschi, die Münze da rum. Ich glaube schon. Ich habe jetzt gerade nicht richtig aufgepasst. Ich wäre fast abgesoffen. Ach, scheiße, noch so ein Viech. So, was war das nochmal für ein Level? Oh, wieso frage ich eigentlich? Wieso, das sagst du doch bei jedem Level. Was sag ich? Sag ich eigentlich. Ah, das war ein Leck. Was sag ich bei jedem Level? Was das für ein Level war und dann, ach du Scheiße. Gar nicht wahr. Wohl wahr. Jetzt wäre sein dickes Dino-Pferd hier gut. Oh, oh, oh. So war das nicht gedacht. Ich wette, du fliegst in einen von den beiden rein. Ah, da war ja noch einer. Ja. Aber ich... Boah. Ah, das war wieder ein Leck. Da war wieder ein Leck. Was hast du gesagt? Spring doch noch knapper. Ja. Hm, 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 hm. 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 Ja. Das war richtig. Du musst es schon mal nicht mal den Anfang machen, wenn ich jetzt abnippel. Richtig. was gibt es denn hier ein Fehler ich will mal wie an der Feuerblume irgendwie gibt es Feuerblume nur im Wasser das ist irgendwie voll oder noch nicht ja wegen den Fischen kann ich da rein oh ja du hättest da reingekommen ja aber ich weiß gar nicht mehr was es darin gab hier kann man nicht rein oder? nein es gibt irgendwo diesen ersten Geisterschloss auch noch einen Geheimgang aha nein was ist das? ich wusste dass ich dieses Level nochmal machen muss ach man das ist doch jetzt voll füß was ist so ein Scheiß hahaha wie ist das denn? danke oh oh man hallo ich habe es jetzt fast beim ersten Anlauf geschafft hallo ja da sprichst du ins letzte Loch wo kein Geheimer ist und gar nichts ja lass mich ja lass mich das ist ein Kürz und wohl den Kürz nur eh nicht ok wenn du das sagst dann glaube ich dir das mal ups egal dann gehe ich halt nicht da oben rein meine Fresse ist doch jetzt auch kein Weltuntergänger war ich eben auch nicht als ob das jetzt Absicht war ich habe ja nicht gesagt dass das Absicht war ich habe doch gesagt ist doch egal ist da oben noch ein Kürz drin ne? störe mich jetzt nicht aaaaaaah oh ok Mist egal zumindest beim zweiten Anlauf ha ha mach mir doch nicht immer solche Angst hier ja mach ich doch voll gern was war das nochmal? äh das war das mit dem Disco Cooper Disco Cooper ach ja wo du mal reingeraten bist Disco Pogo Dingelingeling nein das heißt Disco Cooper ja oder Disco was weiß ich nicht hey meine Shell ich will eine Shell haben pff ha 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 aaaaaaah ey wir sind gleich noch einmal fail's dann muss ich dir Leben abgeben huaaaah hmm bombom bombadadabom dam对 dessa das ist so besser als ich bin ich gar nicht jawohl das kommt dir nur so vor Blödes Vieh Ich hasse den Hammerwerfer Ich weiß, wo ich drauf springen muss Ich weiß, drunter Das meine ich doch Mal verwirr mich doch nicht so Ich find das irgendwie voll extrem Was soll ich jetzt sagen? Ach, ich hab vergessen, was ich sagen wollte Ey, nein, stopp Eins, so, ja Ne, ich find scheiße, dass Wie wenn wir das immer von dem Normalen machen Also was der immer speichert da Dass dann immer die Leben, die wir gesammelt haben Dann verloren gehen irgendwie Das finde ich irgendwie Das war Skill, aber ich bin wieder runtergefallen Also war's wohl doch nur blöde Oh Gott, nee Ähm, ja, oder, ähm Wir stoppen die Aufnahmen Und einer geht farmen Jetzt reg' ich doch nicht Oh Mann Ja, okay, also, ich, 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 ich geh' dann mal, ne Ähm Bevor wir, äh, sterben Ist doch egal auf der Game, Opa, so Ähm, wieso ist das egal Wir müssen doch nur ein Level nochmal machen Ah, ne, scheiß drauf Müssen die sich das jetzt halt mit angucken Ah, ne, scheiß, wir müssen zwei Level nochmal machen Ja, also Oh, Gott Du schaffst es jedes Mal Ah, hey, nein Ja, das war super warm, ihr hört Wie erst Oh Scheiße, Mann Ach, das muss man Level auch nochmal machen jetzt Ah Äh, das wollte ich machen Du bist für die Schlösser zuständig Bin ich gar nicht Ich kann die Schlösser nicht Ich meine auch die Geisterhäuser, schuldige Die Geisterhäuser kann ich gar nicht Ich kann genauso wie Schlösser wie Geisterhäuser Dann lernst du sie jetzt Nein Ballerina Prima Ballerina Was versuchst du da, achso Das Ja Weil hier oben wartet auf mich ganz viel Geld Voll viel Und ne Yoshi-Coin Dich daneben ist auch vorbei Ah, leider Der hat mich gerade getötet, oder? Äh Ja Weiß nicht, hä? Voll verpeilt So, jetzt wollen wir nochmal gucken, was in der Röhre da hinten ist Also da sich ja eh eigentlich nicht an der Spielqually ändert, könnte ich ja eigentlich mein MSN wieder anmachen Wollte ich nicht in die Röhre gucken? Weiß ich nicht, glaub schon Bin voll runtergefallen Lirem Hm, 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 hm Und dann red du noch mal von, äh, Dings. Ja. Von vor wegen, äh, wieso, wir sind doch voll gut. Drei Level pro, äh, Part oder so. Ja, tun wir doch auch. Wir verlieren danach wieder. Ja, mh. Dann gehen wir dann over und den drei Level nächsten Part noch nachsachen. Der wollte dir kein Leben geben. Das hat er letzte Mal schon gemacht. Ich weiß. Das ist voll der böse Gugel bei dir. Dann, 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 dann. Nein! Plopp, 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 plopp. Ich weiß, aber das hat leider nicht hingehauen. Also, kam am Ende nur ein Plopp. So, wenn ich jetzt feile oder schaffe oder so, dann muss ich, äh, Aufnahme stoppen. Dann falle ich ja diesmal nicht ins das Loch. Oder in ein anderes Loch. Das war Skill. Oh, der spielt Fußball. Und der auch. Bist du gemein. Ich glaube, ich nehme Fußball. So, jetzt aber. Ja, so. Pass auf, Hammerwerfer. So. Nix da. Hammer. Nix da, Hammerwerfer. Ey, ich hab das, hab's doch geschafft, Mann. Was? Nein. Ach, Mann, ich will aber fliegen. Lass mich fliegen, Mann. Na, ach, okay. Scheiß drauf. Ah, ja, ist gut. Jetzt hör doch mal auf mich hier mal so. Ah, das ist alles deine Schuld. Mann. Ich bin ja wirklich schnell geraten. Ja, 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 schön. So, ist gut. Ja, wir verabschieden uns jetzt, ne. Dann machst du das, dann machst du das scheiß Level. Ciao. 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 Ciao.